Das geht doch. Ich hab schon was abgebaut. Ja! Oh fuck, der ist rot. Ach so, da bist du. Scheiße! Oh, perfekt. Beide down, beide down. Hey, ihr Hüllenmenschen da draußen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Mindfighter. Mit dabei haben wir heute wieder mal meinen Bruder. Und wir spielen hier auf dem Server It's Cherryandherry.com It's Cherryandherry.com, hast du ganz genau recht. Hi Leute, von meiner Seite aus. Cool mal wieder mit dabei zu sein. Ja, völlig auch sehr. Es ist so, mein Bruder, der macht jetzt auch ich sag mal so aktiv Minecraft. Und lädt auch die gleiche Runde auf seinem Kanal hoch. Also am besten ist es, wenn ihr beide Sichten sehen wollt, öffnet einfach mal beide Tabs und in der Videobeschreibung natürlich verlinkt und dann könnt ihr da äh, beide Sichten auf einmal sehen. Das ist, glaube ich, ganz nice. Ja, die spricht aber auch Deutsch, das ist gut. Danke. Perfekt, zack. Also ich brauche nur schon mal drei Eisen. Das ist mir schon mal wichtig, damit ich mir eine Spitzaktum machen kann. Aber am besten wären natürlich fünf Eisen. Dann könnte ich mir ein Schwert. Und ich finde es schade, wenn Leute gleich leften. Ja, dann ist irgendwie... Achso, es ist eins. Ja, sorry. Dann, äh... Ich finde, das ist dann irgendwie immer so... Das macht irgendwie die Stimmung so ein bisschen kaputt, wenn die Leute irgendwie gleich leften. Ich finde ich halt. Das finde ich nicht so geil. So. Hoffentlich finden wir einen Raum mit dir. Das wäre perfekt. Das wäre echt nice. Leute, wir haben ja noch gar nicht erklärt, an was es bei Minecraft geht. Also man ist zu dritt in einem Team. Es gibt vier Teams. Man spawnt dann in so einer Höhle mit ein paar Sachen und raftet sich dann einfach durch und muss die Teams bekämpfen. Das letzte Team, was halt überlebt, gewinnt. Und es werden... Es sind immer irgendwo Höhlen versteckt mit Dias oder mit Monstern und... Ja, ich sehe einen Namen, ich sehe einen Namen. Zwei blaue, zwei blaue. Pass auf, pass auf, pass auf, ja. Ich habe kein Schwert, komm mit. Ja, warte, ich habe jetzt ein Schwert. Ich habe jetzt ein Schwert, warte. Sind die ganz in der Nähe oder eher noch weiter weg? Ganz in der Nähe, ganz in der Nähe. Wo, 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 wo. Ich komme jetzt, ich komme zu dir, ich komme zu dir. Ich habe zwar überhaupt keine Auslösung, aber YOLO. Da unten, da unten. Ja, pass auf, sneak doch, sneak doch. Da oben, da oben, da oben ist was, da oben ist was. Da ist keiner. Lass da aufgehen. Nee. Der Grumpy. Lass du erst noch runtergehen. Zu blau. Aber sneak, sneak, sneak. Immer sneaken. Ja. Hä? Ich habe doch ein Schwert. Ich habe doch ein Schwert, guck doch. Ich habe ein Schwert. Der hat mir gerade ein Schwert zugeworfen. Aber ich habe schon eins. Okay. Kommst du mit, Andi? In dem Raum hier ist kein in dem Raum. Andi, kommst du mit, bitte. Andi, kommst du bitte mit. Ich habe kein Schwert. Ja, YOLO, dann frag sie. Sie hat auch eins. Okay. Hier ist viel Eisen, aber leider keine Kiste mit dir. Also ich gehe wieder zu euch. Ich glaube, die haben auch... Leider ist scheiße hier. Vielleicht haben die aber auch schon bessere Lüstung. Ich weiß es nicht. Also ich backe, ich backe im Wasser. Ich kann es echt nicht einschätzen gerade. Der Server hat aber leider noch ein paar Fehler, wie mir so auffällt. Da unten ist blau. Bist du da? Ja, ich bin gerade richtig nah bei blau. Oh shit. Ich bin ein paar Blöcke von denen entfernt. Achtung, der kommt. Der kommt auf uns zu. Ist mir egal. Und ich habe kein Schwert. Okay. Okay, er sieht mich. Er sieht mich. Mal sehen, was er jetzt tut. Hier nicht gleich rein, weil nicht, dass wir wieder sterben. So, der erste ist tot. Ja. Und der zweite ist auch tot. Bam. Und der hatte vier Dias. Nice. Jawohl, jetzt kann ich mir zwei Dias-Schwerter machen. Für dich eins und für mich eins. Perfekt, perfekt. Geil. Sehr nice, sehr nice. Zack, zack. Hast du gut gemacht, Bumsdorgen. Zwei Dias-Schwerter. Nice. Wo bist du hier? Zack. Äh, dann machen wir noch einen Eisenhelm. In der Bergbank irgendwo, ja. Oder ne, eine Eisen-Schwerter-Tacke werfen. Doch, ne Eisen-Schwerter-Tacke werfen. Der Ofen bräuchten wir. Ist ja ein Ofen, ich grafte mir einfach einen. Ja, mach dir einen, so. Hier, die Lederkappe kannst du gar nicht drauf. Und ich mach mir auch schon einen Ofen, so. Zack. Jawohl, perfekt. Jetzt haben wir nur noch Team Yellow und Team Grün vor uns. Ja. Und ich hab fünf TNT, das ist auch sehr gut. Ja, mit TNT kannst du ganz schön viel anrichten auf dem Server hier. Äh, ich hab jetzt keine, doch, ich hab Kohle dabei. Gut. Ja, jetzt bekommen wir dann bald wieder einen Kompass, dann sehen wir wieder, wo die Leute sind. Und hier war noch ein Eisen drin, perfekt. Die waren wirklich ziemlich in der Nähe, muss ich sagen. Ja, die waren sehr in der Nähe. Das wundert mich total. Hab ich auch noch nie erlebt. Weil die sind ja normalerweise nie so nah, ne? Grab dich mal ein bisschen durch, vielleicht finden wir irgendwo noch eine Höhle mit Dias. Warte. Wär geil. Also Dias-Schwerter, ich glaub, das gibt uns jetzt schon mal echt einen fast entscheidenden Vorteil. Ja klar, hat die da jetzt das Eisen draus genommen? Ja, natürlich. Ey. Das war ich, das war ich. Ey, aber das war ein Eisen. Hey. Hast du mein Eisen da draus genommen? Okay. Egal, jetzt haben wir wieder einen Kompass. So, drei, vier, dann kann ich mir noch Schuhe haben. Ich hab auch vier. Nein, ich mach mir lieber, okay, ich kann eh nur Schuhe. Warte. Oder im Moment, jetzt habe ich drei, sieben. Dann kann ich mir die Hose machen. Juli, mach mal einfach noch einen Ofen. Dann kann ich hier nämlich auch noch was. Wir sind immer, aufpass nicht, dass die jetzt auf einmal kommen und uns töten. Ja, das stimmt natürlich, aber dann nehm ich mir so. Ist mir egal, okay. Gut, fünf, sechs. Dann mach ich mir zuerst, glaub ich, ne Brust. Ich glaub, das ist jetzt erstmal sinnvoller. Ich mach mir ne Hose. Insgesamt und dann gehen sich Schuhe auch noch aus. Perfekt. Wir haben hier jetzt Kompass, Kompass. Wir sind da hinten, siehst du? Wo? Wir haben Kompass, da hinten. Da. Wenn man hier durch geht. Ah ja, okay, gut. Wenn sich Kraft mich in eine Hose. Drei und. Bisschen Ausrüstung ab. So, dann auch noch einer. Hä, wo ist meine Spitz... What the fuck? Wo ist meine... Ich dachte gerade, ich habe einen Namen gesehen. Meine Spitzhacke ist einfach weg. Meine Eisenspitzhacke. Ah, hier ist die. Okay, hat wohl irgendwie nur gebackt. So, warte, ich komm gleich, ja? Du musst, äh, du musst bitte bei mir bleiben, weil ich hab keine Lust. Dass du sonst stirbst oder so. So, gut, ich komm jetzt mal in Lava-Eimer hätte ich sonst auch noch. Sneak! Andi, warte, ich grab mich vor, okay? Ja. So. Oh, okay. Das ist schon voll viel Dier. Also, ich mein Eisen. Ja. Oh, ich höre Lava. Hörst du das auch? Ja, ich auch. Aber hier rechts. Aufpassen, weil immer es nirgen, ja? Ich hab keine Ahnung. Ja. Weil, stell dir vor, du fällst einfach so in den Lavasee. Das wäre natürlich nicht so geil. Okay, warte, wir sind gleich da bei den Leuten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin voll aufgeregt. Die Lava ist richtig laut. Müsste hier irgendwo sein. Ja, die, die musste hier. Bist du bei mir? Oh, oh, okay. Ich hab was, so ein Skelette. Skelette. Ja, oh, oh, ich hab hier was, ich hab hier was. Aufpassen. Hier ist ein Dungeon. Hier, ja. Hier ist, ja, ich bin, ich bin drinnen. Ja, siehst du hier? Oh shit. Oh mein Gott. Und ein lauter Spawner. Oh fuck. Okay, hier von Grün lebt nur noch einer. Das kann jetzt natürlich auch sein, dass hier Grün in der Nähe ist. Ja, hier, hier ist Grün, hier ist Grün. Ja, nee, da unten ist Gelb, da unten ist Gelb. Warte, Andi, 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 sneaken, 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 sneaken. Ich sneake, ich sneake die ganze Zeit. Aber die hören uns ja abbauen. YOLO, bist du hinter mir? Da ist ein Skelett. Bleib, komm zu mir, komm zu mir, Andi. Da ist ein Spawner vom Skelett. Andi, komm zu mir, der Spawner ist jetzt scheißegal, komm zu mir. Ja, Moment. Okay, weil wenn wir hier dann sind, zu zweit, dann haben wir viel bessere Chancen. Wir haben beide ein Dias-Schwert. Komm zu mir, komm zu mir, schnell. Nee, 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 ich bin bei denen. Die Gelben sind unter mir. Hallo, ich bin genau über denen. Ich bin, ja, ich bin auch über ihnen. Ein paar Blöcke. Aber bist du nicht einfach zu meinem Gang? Oh mein Gott, bei mir ist genau Jeffka. Jeffka ist genau bei mir. Ja, bei mir ist auch Jeffka. Jetzt hat ich sneaked. Okay, ich habe schon was abgebaut. Ja. Oh fuck, der ist rot. Ach so, da bist du. Scheiße. Oh, perfekt. Nein. Beide down, beide down. Jawoll. Nice, und da, und der hat auch wieder Diamanten gehabt. Okay, hier, können wir hier verzauern. Und noch ein Dias-Schwert für unseren Freund. Okay. So. Ich habe hier ein bisschen eine Rüstung vor allem. Ich habe sogar, ich habe sogar, hier. Ein Dias-Schwert für dich. Hast du vielleicht Rüstung für mich? Ja, Wollo. Äh, ich habe leider Gottes nur ein Diamant. Die, das Eisen hast du ja eh sowieso du bekommen, ne? Ne, ich habe. Die hatten ja, die hatten ja überhaupt keine Ausrüstung. Doch, du müsstest normalerweise ein Eis. Gehen wir mal zurück, da wo die Skelette waren. Ich will mal schauen. Ne, warte, aber da geht es weiter. Ja, guck mal, die, die nächsten Spieler sind schon wieder da vorne. Ja, ich weiß, ich weiß. Lass einfach gleich durchfraschen. Ich glaube. Ja, warte kurz, warte kurz. Ich will nur einmal kurz einen Blick reinwerfen zum Skeletten. Ich glaube, weil... Dann, wo sind denn die jetzt? Lol. Ich glaube, das ist so ein Dias-Raum hier unten. Echt? Oh, scheiße, ich komm. Aua, ich häng fest. Aua, hier. Wie? Achso, wegen den Gelanden. Hä? Warum bin ich hier so langsam? Ist das hier vielleicht irgendwie so ein Giftbrunnen oder so? Das kann es natürlich sein. Bist du? Ich bin hier. Hier unten. Entweder der ist jetzt total ober uns oder er ist total weit unten. Er ist, ähm... Moment. Kann natürlich auch sein, dass er weiter oben ist, weil... Nein, er ist bestimmt weiter oben, weil weiter unten, da geht es nicht mehr viel weiser. Ich grabe mich mal einfach da entlang. Vielleicht finde ich ihn. Ich grabe mich auch mal hier entlang. Es lebt noch. Nur noch... Ja, eben nur noch der. Und wir sind zu dritt. Haben alle drei... Oh, oh, oh. Hier wird es angezeigt. Er sitzt hier. Okay, dann denke ich mal, dass ich entweder hier oben oder hier unten sein muss. Ja, Alter, ich habe einen Gang. Ja, das ist bei mir. Alter, ich dachte schon. Ich grabe mich jetzt einfach mal hoch. Er ist hinter uns, hinter uns, oder? Nein. Er ist hier... Er muss... Da oben ist Wasser, er ist in Wasser gesprungen gerade. Das ist... Nee, das ist glaube ich... Hier, hier ist was, hier ist was, schau. Hier. Siehst du. Hier muss er sein. Hier muss er sein, einfach. Glaubst du? Ja. Ja. Wenn hier schon solche Blöcke sind, dann muss er hier sein. Nee, hier ist nur ein Dungeon. Guck. Okay. Vielleicht ist er in der Nähe vom Dungeon. Einfach wieder... Einfach wieder... Ein ganz kleiner Dungeon. Ich habe einfach nur so das Gefühl... Ja, wer ist über uns? Ja, natürlich. Der muss über uns sein. Ich grabe mich jetzt einfach mal so kacke hoch. Ja, ich auch. Beste Möglichkeit. Und dann kommt von oben Lava und wir sterben wollen. Aber YOLO, denke ich mir dann. Oh mein Gott, wieso baut die denn ab? Ist sie komplett gestört? Alter, habe ich mich jetzt gerade erschreckt. Hui, das war ganz schön knapp jetzt. So. Wenn wir oben den Gang sehen, wir müssten eigentlich sneaken. Ich sneake doch die ganze Zeit. Kann sich doch hochbauen und in der Zeit sneaken. Hm? Wir müssten eigentlich sneaken. Ja, Andi, sneaker schon die ganze Zeit. Ja, ich auch. Der muss hier eigentlich... Also ganz ehrlich, wenn der hier nicht irgendwo ist, dann verstehe ich es auch nicht. Ich meine, der muss... Der geht ja gar nicht rauf. Wenn wir wenigstens einmal kurz seinen Namen sehen. Ja, das wäre praktisch. Aber der sneakt wahrscheinlich irgendwo, weil er total Angst hat, dass wir ihn sehen. Ja. Ja, komm, wenn drei Leute... Oh, ich hab was, ich hab was. Was, 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 was? Hier sind Bücherregale Obsidian. Okay. Hier ist bestimmt ein kleiner Raum. Wie weit oben bist du ungefähr? Oh, fuck. Da ist jetzt ein Raum. Aber da ist er nicht, oder? Nee, da ist keiner. Da! Da ist ein Blut. Das ist jetzt ein bisschen doof. Kann man nicht sein. Ich hab das Gefühl, er sich jetzt wieder runterbaut. Nee, der muss ja hier irgendwo sein. Hier irgendwo auf der Ebene. Wenn der Kompass jetzt wieder in eine einzige Richtung zeigt, und zwar nach vorne. Und wenn er sich dann wieder dreht, dann wissen wir wieder, ja, okay, jetzt müssen wir uns wieder hochbauen. Kacke. Okay, ich hab noch eine Steinspitze. Ja, hier ist Ende. Oh, what the fuck. Hier sind Diamanten bei mir. Ja, zwei Stück. Der Kompass dreht sich schon wieder. Ich hab ja gar keine Eisenspitze, oder? Entweder oben, oder... Ich seh, ihr habt einen Namen gesehen, oben. Echt jetzt? Ja, ich hab einen Namen gesehen, ganz kurz. Ach so, warte, ich kann... Ja, grün! Oben, bei euch! So, wieder da. Äh, meine Mutter ist ganz kurz reingekommen. Ich mach mir jetzt ganz schnell eine, äh, 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 Stell, eine, eine Dierspitzhacke. Hier ist er, hier ist er irgendwo. Scheiße, 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 wo ist der? Ich hab seinen Namen bei euch gesehen. Wo? Bei mir ist... Jetzt liegt er wieder, aber ich hab seinen Namen bei euch gesehen. Ja, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn da oben, ich seh ihn da oben. Kämpft ihr? Nee, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Über uns? Ja, ich seh ihn jetzt auch. Keiner Schlawiner. Hä, er ist einfach AFK. Ja, perfekt. Naja, GG. Trotzdem. Leute, ich glaub, ich hab alle Teams in dieser Runde alleine getötet. Ja. Ich glaub, ich hab alle Teams alleine getötet. Ja, gut, Leute, dann würd ich sagen, vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Guckt auf jeden Fall auch bei Apex vorbei. Mh, der macht jetzt auch Minecraft-Videos, ist übrigens mein Bruder für die Leute, die immer nachfragen. Und ja, wenn ihr mehr Mindfighter wollt, dann schreibt's einfach mal in die Kommentare, lasst eine positive Bewertung da. Und ich würd sagen, Leute, macht's gut, haut rein und ciao. Ciao.